Sascha Huber bricht Weltrekord? Muskelberg und Teilzeit-Titan Sascha Huber stellte sich kürzlich der größten Herausforderung seines Lebens. Der 27-Jährige hatte nichts Geringeres vor, als den World Wide Record an der Klimmzugstange zu brechen. Ausgerüstet mit seinen eigenen Händen und einem selbstgewählten Zeitlimit von 60 Minuten nahm der YouTube-Rockstar all seine Kraft zusammen, um am Ende leider doch auf den Weltrekord zu verzichten. Leider musste Sascha Cornelius Huber den Versuch nach 622 Klimmzügen abbrechen und allem Anschein nach hat ihm am Ende die Kraft verlassen.